Herzlich willkommen bei Natursprung. Heute wollen wir euch ein kleines Wundertool vorstellen und zwar die Domscheibe, die wir zusammen mit Wildholzästen zu einer geodetischen Kuppel zusammenbauen können. Hier handelt es sich um eine sogenannte V2-Kuppel. Der Dom ist aufgebaut aus regelmäßigen 5 und 6 Ecken und kann als zum Beispiel Efeu-Pavillon genutzt werden oder als Schwitzhütte. Für einen Eingang in den Dom wird dann das Fünfeck hier noch einmal mit einem extra Gestänge gefasst und hier auf einer Seitengestänge wird dann ein Gewinde angebracht, wo man dann eben diesen ganzen Körper nach außen fahren kann und wieder zu fahren kann. Genau. Ja, so fürs Erste mal hier die Vorstellung von der Domscheibe von Natursprung. Macht's gut, tschüss!